Wusstest du, dass jedes Jahr allein in Deutschland fast 300.000 Fahrräder gestohlen werden? Eine Alarmanlage kann verhindern, dass es auch dich trifft. In diesem Video verraten wir dir, wie Fahrradalarmanlagen funktionieren, wie sie sich unterscheiden, wie du das beste Modell findest und welche Alternativen du sonst noch hast. Untertitelung des ZDF, 2020 PauUnity ist Experte in Sachen E-Bike-Sicherheit. Ich bin Matthias von PauUnity und beschäftige mich in dieser Folge mit Alarmanlagen für Fahrräder. Wenn dich das interessiert, dann bist du auf dem richtigen Kanal gelandet. Abonniere PauUnity und werde Teil unserer Powerful Community. Kommen wir zum Thema und zu einer grundsätzlichen Frage. Warum brauche ich eigentlich eine Alarmanlage fürs Fahrrad? Der wichtigste Grund ist, dass teure Fahrräder und E-Bikes eine beliebte Diebesbeute sind. Ein Schloss allein schreckt nur Gelegenheitsdiebe wirklich ab. Professionelle Fahrraddiebe knacken sogar die härtesten Schlösser in weniger als einer Minute. Oder sie verfrachten dein Rad ganz einfach direkt in einen Sprinter. Fahrrad-Alarmanlagen können beides verhindern. Das gilt aber nur für bestimmte Geräte und auch nicht in jeder Situation. Doch wie funktioniert nun eine Fahrrad-Alarmanlage? Die allermeisten Geräte besitzen einen Bewegungssensor. Sobald also jemand dein Fahrrad bewegt, löst der Sensor ein lautes akustisches Signal aus. Idealerweise führt das dazu, dass der Diebreiß ausnimmt oder andere Menschen auf den Diebstahlversuch aufmerksam werden. Grob lassen sich drei Arten von Alarmanlagen unterscheiden. Nummer 1. Externe Fahrrad-Alarmanlagen. Diese befestigst du zusätzlich zu einem Schloss an deinem Fahrrad. Je nach Modell mit Klebestreifen oder einer Halterung. Achte dabei darauf, dass sie sich nicht leicht entfernen lassen. Denn sonst nützt dir auch ein lautes Alarmsignal. Ehrlich gesagt wenig. Alternativ bietet sich ein Schloss mit integriertem Alarm an. Bremsscheibenschlösser mit Alarmanlage sind besonders günstig. Eignen sich aber auch nur für Fahrräder mit Scheibenbremse. Und sie sind leicht zu knacken. Besser ist ein robustes Falt- oder Bügelschloss mit Alarm. Schließlich gibt es GPS-Tracker, die du unauffällig an deinem Fahrrad oder E-Bike befestigen kannst. Sie benachrichtigen dich über eine App auf deinem Handy, wenn dein Fahrrad bewegt wird. Außerdem informiert dich die App, wo sich dein Fahrrad befindet. Und das zahlt sich spätestens dann aus, wenn es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch gestohlen wurde. Es gibt also einige Modelle. Aber welche Fahrrad-Alarmanlage ist nun die beste? Wie du wahrscheinlich geahnt hast, gibt es darauf keine allgemeingültige Antwort. Am besten stellst du dir vor dem Kauf die folgenden Fragen. Wie teuer ist dein Fahrrad? Handelt es sich um ein klappriges City-Rad, das dir dein Opa vererbt hat? Oder ein E-Bike, das ein paar tausend Euro gekostet hat? Wie oft und wo bist du mit deinem Fahrrad unterwegs? Wo stellst du dein Fahrrad unter? Steht das die meiste Zeit in einem Fahrradkeller oder parkt es öfter mal stundenlang am Straßenrand? Nehmen wir einfach mal an, du suchst eine richtig gute klassische Alarmanlage. Keinen GPS-Tracker. Achte in diesem Fall besonders auf die folgenden Eigenschaften. Eigenschaft Nummer 1. Lautes Warnsignal mit Voralarm. Eine Fahrrad-Alarmanlage sollte so laut sein, dass ein Dieb sofort die Flucht ergreift. Die meisten Modelle kommen auf ca. 110 Dezibel. Zum Vergleich, das ist so laut wie eine Kreissäge direkt neben dir. Leider haben günstige Fahrrad-Alarmanlagen aber einen Haken. Jedes Mal, wenn jemand dein Rad anrempelt oder starker Wind aufkommt, geht der Alarm los. Und damit machst du dich bei deinen Nachbarn schnell unbeliebt. Viel bessere Alarmanlagen besitzen deshalb einen sogenannten Voralarm. Das heißt, sie lösen zunächst nur ein paar kurze Töne aus und gehen erst bei weiteren Erschütterungen in den echten Alarmmodus über. Eigenschaft Nummer 2. Einstellbare Empfindlichkeit. Idealerweise kannst du die Empfindlichkeit deiner Fahrrad-Alarmanlage so einstellen, dass sie nicht bei jedem Windstoß losgeht. Intelligente Fahrrad-Alarmanlagen unterscheiden selbst zwischen kurzen Erschütterungen durch einen Rempler und längeren durch einen Diebstahlversuch. Eigenschaft Nummer 3. Bedienung per App. Einige Alarmanlagen aktivierst und deaktivierst du mit einem Code oder einem Schlüssel. Andere über eine Fernbedienung. Wir empfehlen smarte Modelle, die sich mit einer App verbinden. So kannst du alle Einstellungen an deinem Smartphone tätigen. Eigenschaft Nummer 4. Robustheit. Robuste Fahrrad-Alarmanlagen bringt ein Dieb nicht so leicht zum Speicheln. Eigenschaft Nummer 5. Langlebige, aufladbare Batterien. Fahrrad-Alarmanlagen beziehen ihren Strom von Batterien. Achte deshalb darauf, wie lange diese halten und ob sie sich am Dynamo deines Fahrrads oder am Motor deines E-Bikes aufladen lassen. Eigenschaft Nummer 6. Schnelle, einfache Einrichtung. Gute Fahrrad-Alarmanlagen kannst du einfach montieren, ohne Mechaniker zu sein und ohne ein seitenlanges Handbuch zu lesen. Und wie steht's um den Preis? Nun, günstige Fahrrad-Alarmanlagen bekommst du schon für ca. 15 Euro. Wir raten dir aber, nicht an der falschen Stelle zu sparen. Im Zweifelsfall ist der Verlust deines Fahrrads oder E-Bikes viel teurer als ein robustes Schloss mit integrierter Alarmanlage. Aber reicht ein sicheres Fahrradschloss mit Alarmanlage überhaupt aus? Nun, leider können wir diese Frage nicht einfach bejahen. Profi-Diebe knacken nämlich problemlos Schlösser und Alarmanlagen. Außerdem zeigen Experimente, dass Passanten-Alarmanlage oft ignorieren, weil sie sie für einen Fehlalarm halten. Das heißt nicht, dass du wehrlos bist. Denn es gibt zwei Methoden, mit denen du sogar bei einem erfolgreichen Diebstahl als letzter lachst. Methode Nummer 1. Du schließt eine Fahrradversicherung ab. Fahrradversicherungen bekommst du von immer mehr Anbietern. Je nach Tarif kannst du dein Fahrrad nicht nur gegen Diebstähle, sondern auch gegen Unfälle oder sogar gegen Verschleiß versichern. Allerdings sind Räder mit einem bestimmten Alter oder in einer bestimmten Preisklasse oft ausgeschlossen. Und natürlich erstattet dir die Versicherung nur die Kosten für dein Rad. Das Fahrrad selbst, das bekommst du nicht zurück. Methode Nummer 2. Du verwendest einen GPS-Tracker für E-Bikes. Ein guter GPS-Tracker alarmiert dich sofort auf deinem Smartphone, wenn dein Rad unerlaubt bewegt wird. Im Gegensatz zu einer normalen Fahrrad-Alarmanlage hast du damit sehr gute Chancen, dein Fahrrad auch nach einem Diebstahl wiederzubekommen. Denn mit den GPS-Daten kannst du der Polizei den genauen Standort des Fahrrads mitteilen. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob sich das Fahrrad in einem Lieferwagen befindet oder nicht. Am besten bekommst auch nur du den Alarm aufs Smartphone. Dann sind die Diebe schneller erwischt, als sie gucken können. Denn sie ahnen nicht, dass sie bereits beobachtet werden. Wichtig ist, dass der Tracker gut versteckt am Fahrrad angebracht ist und eine Echtzeitverfolgung ermöglicht. Ein zusätzlicher Akku sorgt dafür, dass der Tracker auch noch dann funktioniert, wenn der Motor des E-Bikes nicht mehr läuft. Nicht zuletzt ist eine gute App ein entscheidendes Kaufkriterium. Die PowerUnity App zeigt nicht nur, wo sich dein Rad gerade befindet. Sie bietet auch Zusatzfunktionen wie einen Fahrradpass. Und du kannst eine Diebstahlmeldung direkt über die App versenden. Du willst mehr darüber wissen, was einen wirklich guten GPS-Tracker ausmacht? Dann zieh dir jetzt unser Video hier oben an. Über die vier wichtigsten Eigenschaften von GPS-Trackern für E-Bikes. Fassen wir zusammen. Im Zeitalter teurer E-Bikes ist es sinnvoll, in einen effizienten Diebstahlschutz zu investieren. Ein mechanisches Fahrradschloss reicht aber leider nicht mehr aus, um Diebe wirklich abzuschrecken. Mit einer zusätzlichen Fahrrad-Alarmanlage profitierst du von mehr Sicherheit. Vorausgesetzt, es handelt sich um eine gute Alarmanlage. Noch effektiver, speziell für ein E-Bike, ist ein GPS-Tracker. Im Gegensatz zu einer klassischen Alarmanlage hilft er dir nicht nur, dein Fahrrad vor Dieben zu schützen. Er unterstützt dich auch dabei, es wiederzubekommen, wenn es gestohlen wurde. Wir von PowerUnity raten dir deshalb, kombiniere ein gutes Fahrradschloss, eine klassische Fahrrad-Alarmanlage mit Warnton und einen GPS-Tracker. So ausgestattet bist du auch mit einem teuren E-Bike auf der sicheren Seite. So, das war's heute von mir. Du willst noch mehr Tipps rund um E-Bike-Sicherheit und GPS-Technik erhalten? Dann schau auf unserer Themenseite PowerUnity erklärt vorbei. Hier gibt es jede Woche das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Den Link dazu findest du hier unten in der Videobeschreibung. Du informierst dich aber lieber auf YouTube? Na dann abonniere mit einem Klick auf diesen Button unseren Kanal und schau dir alle PowerUnity erklärt Artikel ganz einfach als Video an.